Willkommen zu einem neuen Unboxing, ich wollte mal richtig auf Feeling machen und zwar geht es heute um eine Serie, ich weiß nicht wie viele Serien ich gucken soll, ich bin serienkrank, aber ich werde erst Lost fertig gucken, meine lieben Leute, aber schon mal auf Vorsorge, auf Vorsorge, können wir heute mal unsere Beichten abgegeben, denn Preacher Preacher Staffel 1 oder da unten wie steht, Season 1, da ist ein Code drinne glaube ich, den wir euch euch schenken, weil ich den nicht brauche und ja, wir machen das Ganze jetzt auf, scheiße, meine Fängernägel haben nachgelassen, weil zum Glück gibt es hier an der Seite einen Weg ohne Werkzeug, um es aufzumachen, oh, ich spüre schon, Alter, so, jetzt, ich hätte es fast kaputt gemacht hier, wie ihr seht es, der Pappschuber ist richtig geil, schön matt, also, und hier, das wichtigste, der FSK-Flagschimmel, ist abdebenbar, und ging einfach und er klebt auch nicht mehr, so, Preacher, was soll ich zu der Serie sagen, ich habe nur, glaube ich, eine Folge geguckt, mehr weiß ich nicht mehr, das ist schon ein bisschen, ja, könnt euch hier durchlesen, wenn ihr wollt, hier hat Preacher, die Umsetzung der gleichnamigen, äh, gleichnamigen, bekannten Comic-Serie, das heißt, davon gibt es auch einen Comic, ja, hier sind die Charaktere, ich kenne nicht alle, oder ich kenne so gut wie gar keinen, und ja, geht 453 Minuten, extras, oder beziehungsweise Bonus ist, entfallene und erweiterte Szenen, die nicht filmbaren Pilotfolge, die Stunt-Szenen in Preacher, dann noch hier, erhalten alle 10 Episoden auf 4 CDs, die zweite Staffel ist ja schon draußen, die dritte, ich weiß nicht, ob es eine dritte angekündigt worden ist, ich glaube nicht, auf jeden Fall, das Cover gefällt mir sehr, sehr gut, aber, ich muss sagen, von zweitem Staffel Cover, gefällt mir auch, mhhh, konkurriert schon ein bisschen, ne, zack, hier haben wir genau das gleiche, hier ist der FSK-Flatsch und drauf, auch alles gleiche, zwar kein Wendekover, aber man will sich nicht beschweren, Hauptsache der Pappschuber ist, ne, und hier haben wir den Code, wer zuerst kommt, mal zuerst, wer braucht, ey, braucht nicht, so, dann haben wir hier die CDs und alle in einem anderen Cover, finde ich sehr schön, hier einmal, das Cover, was wir vorne haben, dann hier ein Charakter, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, werde ich aber noch irgendwann lernen, hier, ist das eine Bonus-CD oder so, nein, das ist ein Film, ja, ein Film, ok, oh, das sieht man ja gar nicht in der CD, da sind die ganzen Folgen drauf, Disc 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, Jo, gut, ne, das sieht man zwar jetzt nicht innen drin, aber naja, was soll ich machen, und ja, ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen, gebt einen Daumen nach oben, und ja, damit macht ihr mir eine sehr große Freude, drückt doch den Daumen nach oben den Spaß, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Daumen nach oben drücken, und ein schönes Abo-Schienen da lassen, denn, jo, ok, es wird runterfallen, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, ciao Leute!